Musik So Leute und damit herzlich willkommen zu einer anderen Folge Titanfall 2. Diesmal haben ich, der Elia und der Malte mal wieder zusammengespielt. Der Ben war dann später auch noch dabei, aber nicht in-game, sondern der ist dann nur bei TeamSpeak gejoint, hat dann mitgeredet. Also da nicht wundern. Die Runde war, ja, die hat erstmal scheiße gestartet. Erstens waren am Anfang nur ich und Malte gegen einen anderen Typen im ganzen Match, weil das Gegnerteam nur einen Spieler hatte und der Elia hat noch nicht connected. Und dann war es kurze Zeit danach, 3 gegen 3 und dann sind erst ein paar andere Spieler reingegangen, sodass sich die Teams dann gefüllt haben. Und ja, weshalb ich auch am Anfang des Videos sehr wenig Kills hatte. Also nicht nur, weil es wenig Leute zu töten gab, sondern auch, weil ich einfach scheiße war. Ich weiß noch nicht, was da mit mir los war. Aber dann im Laufe des Spiels hat sich das Ganze dann wieder ein bisschen normalisiert und ich habe wieder ein paar Kills gemacht. Ja, mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Und dann jetzt noch viel Spaß. Ich glaube, ich habe meine DPI zu hoch und ich treffe irgendwie nichts. Ja, aber das ist halt so der Aim, der an einem Tag existiert, der existiert ja nie wieder. Wollte ich eigentlich finishen den Typen. Das wäre schon cool gewesen. Oh nein, das wäre doch ein guter Finisher gewesen. Aber leider ist der gesprungen wie andessen. Ich glaube, ich habe noch keinen Kill. Nein. Es ist User irgendwas. Ach, der Typ. User Blood Rage. Ich wusste nicht, auf wen ich schießen soll. Ich wusste nicht, wohin ich schießen soll. Ich sehe gerade auch irgendwie niemanden. Was sind das alles für Granaten, die hier rumfliegen? Eine Softball. Alter. Alter. Ey, hä? Äh, wo ist mein Aim denn hin, Alter? Ich fang gerade gar nichts. So schlecht seid ihr. Ach, mit dem, mit seinem Hipfire tötet er uns alle. Ey, so kacke, Alter. Kommt, der King. Ey, dieser Quacky irgendwas. Quacky. Quackin Utzel heißt der. Utzel? Und da oben... Oh! Was, Only Ori, der Grunt Farmer hat in seinem Zeichen hier. Nein! So ein Arsch. Das übel, das coole Mensch, ich weiß nicht. Seid ihr bald fertig? Du hast 5 Kills, ich habe 3. Oh, ich habe gerade jemanden mit dem Elementor. Ich habe 0. Das wehrt euch nicht. Ach, ich habe ja Dingsgranaten. Stimmt. Seid ihr bald fertig? Ja. Eventuell. Na, ich bin einfach stehen geblieben. Auch der hat sein Scheisschild da oben, Alter. Den machst du? Nein, Titan? Nee. Der Typ mit der Devotion, der hier rumrennt, Alter. Was, du? Ja, ich bin Grunt Farmer gewesen. Ja, komm, dann machen wir die fertig. Okay, ich habe auch Titan, Alter. Oh, ja. Ja, ich habe keinen Titan mehr, ich bin tot. Okay. Ich habe heute noch einen Titan Loader von das letzte Mal und da hatte ich euch vielleicht Warp Fall und Auto Titan dran. Okay, schön. Oh nein, hier ist ein Monarch. Tim! Ah! Wo bist du? Auf da hinten. Ich weiß nicht, wie man, wie man Ronin spielt. Wo ist der? Da, da, da. Auf da hinten. Oh, okay. Ich habe es gesehen. Du hast ihn gepinkt. Ich habe irgendwen getötet. Einen Piloten aber. Ich habe irgendwen getötet, ich weiß aber nicht wen. Der ist ausgestiegen. Alter, Ronin viel zu stark. Oh, da ist er auf dem Dach, auf dem irgendwo. Hier kann da auch irgendwo einer. Der ist tot. Hier ist ein Titan. Was ist das? Oh, das ist ein Toad, ne? Ja! Mach weg! Alter! Penetration! Penetration hart! Wo ist der hin? Er ist... Er explodiert! Er... Er explodiert! Ah! Er ist explodiert! Nein! Nein! Böser Northstar. Oh, hier ist ein... Oh, der Northstar. Wo ist der? Wo bist du? Oh Gott! Er hat mich gefesselt! Nein! Der Northstar! Oh Gott! Also, ich bin halt Zeiten schon tot. Und jetzt auch als Pilot. Hä? Wie war das alles keine Treffer? Das freut mich auch oft. Und den wollte gerade ich töten. Ich hab ihn auch nicht getötet. Keine Sorge. Da oben ist Inge mit nem Elster, Alter. Oh, könntchen quatzen! Gamerwo, Alter! Quacken Urzel heißt der. Super. Ups. Quacken Urzel habe ich gerade gemidiert. Oh ja, nice. Richtig schön saftigen Melee war das. Ich Melee die alle nur noch! Drei Melee sind... In... 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 Hintereinander. Ich kann reden. Wo ist quacken Urzel hin? Da, Alter. Oh fuck, das soll ich nicht. Dann steige ich halt auf. Ich hab Titan. Oh fuck, mir. Ich muss hier weg, Alter. Ich muss hier weg, aber ganz schnell. Mein Titan ist da. Ich hab auch kalten. Ah, ich hab gar nix. Was? Alter, what? Was? Das ist noch so ein Monark, Alter. Quacken... Was? Der ist von oben runter gefallen. Ich hab ihn sofort zertreten, sobald er den Boden berührt hat. Da ist quacken Urzel, Alter. Was? Im Flug... Im Zoom-Swing hat der mich einfach dran durch. Nein, weiß er. Ja, quacken Urzel, Alter. Wo ist er? Quacken Urzel ist in seinem Titan. Im pinken Monark. Dann ist noch ein Throne. 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 Was soll das denn, Alter? Halbja? Halbja. Was macht der Specter hier? Ha, 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 ha. Er hat ne gute Zeit. Er hat ne gute Zeit, Alter. Ich hab einige ... Alter, die Runde ist ja so scheiße. Nein, ich hab keinen. Das ist mal ein Stück scheiße. Oh, ich hab trotzdem noch jemanden getötet mit der Granate. Obwohl ich den nochmal geworfen hab. Arschbeißer. Arschbeißer. Okay. Oh, hier sind alle Titans von denen. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, mein Titan ist bereit. Meiner nicht. Wo ist der Pilot hin? Da drin war. Ich wollte mich nicht an dich grappeln. Warum nicht? Er wird schon an dir gegrappelt sein. Ja, wenn nicht. Oh, wenn ich den nicht mehr bekommen hätte, ich wäre ausgerastet, Alter. So, Elis, ich join den Pfeil. Elon. 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 Nein, die haben alle Nuklearausstieg. Diese Scheißleute, Alter. Elon. Jeder hat Nuklearausstieg. Wie, warum? Keine Ehre. Ist so. Alle keine Ehre. Ach, das ist die Fälle von unserem Dude. Ha, ey. Oh, Gott. Der ist richtig hart geplatzt, der Typ. Da drin ist jemand. Ja. Oder was? Was ist? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur Angst. Wo sind die denn? Da war einer. Da war einer. Da ist einer. Oh ja. Hattest du den noch? Ja. Hier ist auch irgendwo einer. Der ist weg. Okay, wie habe ich den jetzt noch erwischt? So, sobald die einen Titan haben, gehe ich damit Sword System drauf, Alter. Ja. Ja. Sword Core ist es aber egal. Ja, das habe ich jetzt so gemixt. Äh, was? Ja, das macht man aber so nicht. Doch, doch. Ich remix hier, Alter. Freestyle. Sonst freckt ja kein Pilot. Ach so, die haben einen Titan-Lot. Ja. Ich mache den einen Tone hier weg. Aber der muss weg. Weil der hat auch nur der Ausstieg. Nein. Scheiß Monat. Okay, was macht der Gamern wo oder wie der Typ heißt da? Alle haben die scheiß Nuke-Jack. Was ist das denn? Das kann ja kein Zufall sein, dass wir das nicht abgesprochen haben oder sowas. Oh mein Gott, wir sind so knapp noch reingekommen. Mein Titan, komm her. Hä? Wie habe ich den jetzt? Alter, ne, die Runde ist ja so ein Müll. Das ist ja schlecht sogar für meine Standards hier. Das ist ja schlecht für den Nuklear-Ausstieg da hier. Da ist der letzte Titan von denen. Da ist Quaxel-Quetzquutz. Auf dem Dach. Niederlage. Wieso bin ich immer der letzte Kill, Alter? Wenn du kacke bist. Ja, bin ich gerade echt, Alter. Guck dir meine Kills an. Nee, Alter. Nach der Wunde habe ich keinen Bock mehr. Das ist mir zu dumm. Du Kotflügel. Das war ein Kotflügel. Komm, den hast du eh, das. Nee, ich bin totgewalt. Ich gehe wieder weg. Dann gehe ich mal zum Schiff, würde ich sagen. Hinter dir ist einer gerendet. I know. Ich meine, kommt man nicht an das Schiff mit den Titans ran jetzt. Kann sein, dass hier so fast alle entkommen sind. Außer Elis. Außer einer. Ja, Elis. Alle außer Elis sind entkommen. Ja, Elis hat sieben Titan-Kills. Ja, geht auch. Ich weiß nicht, die Runde war ja so hart, Köfte. Ja, drei Kills ist schon heftig. Ja, ich weiß nicht, die Runde war ja so hart. Ich weiß nicht, die Runde war ja so hart. Auch wenn man nicht an der Werbung hat jrechtlich. Ja, ein hormones studies들을 tun.